Das ist alles, was wir haben. Ich habe Sie entschuldigt, das passt schon mal. Ein herzliches Hallo an alle, die da gekommen sind. Es gibt eine einwillige und vor- und feste Einladung. Ich sehe das nicht der Fall. Ich stelle fest, dass es so ordnungsgemäß gelaufen ist. Damit es heute Abend auch zügig vorangeht, steigen wir gleich die Tagesordnung ein. Ich rufe auf den Punkt 1, Mitteilung des Registrats. Herr Bürgermeister. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite aus, schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass wir in der Einladung gefolgt sind, das freut mich sehr. Auch aus der Verwaltung. Schön, dass Sie alle da sein. Ganz vorneweg, am Montag in der Sitzung wurde die anfallende grünen Liste verstoßen, sollte noch heute auf die Tatsache genommen werden. Da gab es jetzt noch mal eine rückende grüne Liste, dies nicht zu tun, sondern dann erst wieder ganz normal in der Sitzung im Januar auf die Tagesordnung zu nehmen. Das heißt, wir brauchen nicht so abzustimmen, ob das drauf genommen wird oder nicht. Ja, dann kurz zu meinen Verteidigungen. Meine meisten wissen das schon, weil Sie die Ideen schon präsentiert haben. Unser Kameramann, da hinten steht er. Olaf Durek, gestern witzig geworden, auch von mir noch mal herzlichen Glückwunsch, auch wenn wir uns gestern schon gesehen haben. Dann darf ich die Weihnachtsgrüße unserer Partnerkompanie ausrichten. Die waren auch heute Abend eingeladen, der Kompaniechef und der Spieß, die leider kommen heute Abend nicht kommen. Trotzdem haben Sie mir eine E-Mail geschickt. Ich möchte doch bitte die Grüße an alle ausrichten, eine schöne besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen und auch einen guten Start ins neue Jahr. Das habe ich hiermit getan. Es sind zwei sehr sympathische jungen Männer, mit denen ich jetzt öfter schon zusammen war. Da kommt sicher auch noch etwas anderes, wo dann alle zusammen treffen. Deswegen von den beiden herzlichen Grüße. Dann habe ich Ihnen noch mal mitgebracht, als Thema, weil es auch immer wieder gefragt wird, den aktuellen Sachstand zum Thema Glasfaserausbau. Da gab es ja nur eine Sitzung hier, eine Bürgerversammlung, und war genau so, wo es hieß, man fängt, glaube ich, Ende November, wie hieß es damals, in der Kernstadt an. Bis heute wurde leider nicht angefangen. Kommunikation gestattete sich zwischen Köln hier war schwierig. Letzter aktueller Stand ist jetzt, dass Mitte, Ende Januar Empfanggenau kommen wird. Es gab da Probleme mit der bauausführenden Firma. Der Vertrag läuft Ende des Jahres aus und Empfanggenau soll dann wohl eine neue Firma tätig werden. Dann hatten wir in der vorletzten Sitzung, glaube ich, gab es die Anfrage zu Mobilfunkmasken, dass zwei Masken gebaut werden, in Hartzfeld und in Heiner. Und ich sollte mich doch mal schlau machen, was das für Masten sind, woher die kommen, wieso die da gebaut werden, ob das für uns auch möglich ist. Gerade wenn es um den Stadtteil Alten Lothain geht. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Also die Masten werden von der EWF im Auftrag des Landkreises gebaut. Da gibt es ein toller Programm, weiße Flecken, wo drüber das Ganze läuft. Das kommt für uns nicht in Frage. Dahingehend nicht in Frage, weil sowohl die Telekom als auch die Wunderbundkörner geäußert haben, im nächsten Jahr selbst einen Masken in Alten-Lothain aufwählen zu wollen. Von daher würde es da einen neuen Prüfungmasken geben, der eben als Urteilkonzept mit Prüfung versorgt und wir nicht über dieses Programm laufen müssen. Das ist die Erklärung dazu. Ja, das weitere Mal, ich glaube, untergepumpen. Das waren erstmal meine Mitteilungen. Ja, vielen Dank dazu. Wir fahren aber fort mit der Tagesordnung. Kommt in Tagesordnung Punkt 2. Forstwirtschaftsplan 2024, Stadtwald Frank-Genau. Damit ist ja ein Ausschuss beschäftigt. Da gab es schon eine Fragerunde, da kamen Antworten zurück. Jetzt machen wir jetzt dazu was aus hier. Ja, es wurden Zuschussfragen gestellt. Die Antworten an sich habe ich umgeschickt. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt nochmal vorlesen muss oder nicht. Oder ob sich das jetzt für jeden ergeben hat. Jetzt mal nichts vor. Soll ich euch alle Fragen von den Ausschritten? Also folgende Fragen sind von den Ausschritten gestellt worden und die entsprechende Antwort der Kommunalwärts GmbH dazu. Frage Nummer 1. Für die Kennzeichnung der Habitaträume werden 10 Euro pro Hektar an zusätzlichen Kosten von der Kommunalwärts GmbH angesetzt. Werden diese Kosten allen Kommunen in Rechnung gestellt? Die Kennzeichnung der Begründung sollte mit den Begründungskosten in Höhe von 92 Euro pro Hektar abgegräutend sein. Anwort der Kommunalwärts GmbH. Ja, Zusatzkosten werden in den Wäldern aller Gesellschaft da entstehen, da dieses Förderprogramm, das wir dann im Förderprogramm in Anspruch nehmen. Die werden auch entsprechend in Rechnung gestellt. Nein, diese Zusatzkosten, die bereits im Vorfeld bei der Vorstellung des Förderprogramms und der damit geschlüpften Kriterien und bei der Vorstellung des Wirtschaftsplanes erklärt, nicht in den regulären Begründungskosten enthalten sind. Frage Nummer 2. Es ist möglich, für die Kennzeichnung der Habitatbäume einen FPJ-Brenn einzustellen, um die Kosten für die Kennzeichnung der entsprechenden Bäume zu reduzieren. Grundsätzlich werden die betreuenden Revierteams einen Großteil der Habitatbäume auswählen und so die Zusatzkosten im Rahmen halten. Aber innerhalb von zwei Jahren werden sie nicht alle Bäume selbst erfassen können. Für die Unterstützung der Revierteams brüten wir derzeit verschiedene Möglichkeiten, unter anderem studentische Hilfskräfte, externe forstliche Dienstleister, Mini-Klopper etc. Dabei verfolgen wir, wie immer im Interesse unserer Gesellschaftler, das Ziel, Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis zu halten. Hier konkret eine fachlich gute Wahl der Habäume sicherzustellen und gleichermaßen die Zusatzkosten begrenzen. In diesem Zusammenhang rufen wir auch bereits die Geschäftsgebührung von FPJ-Land, die jedoch auch Zusatzkosten verursachen und zudem an bestimmte Rahmenbedingungen beschimpft sind. Frage Nummer 3 Wie ist die Wegebaumaßnahme im Strukturs betutus oder gegebenenfalls auch nicht? Für die Maßnahme wurde durch die KWBF ein Förderantrag und nach Angebotseingruhung wegen abweichender Baukosten auch ein Änderungsantrag gestellt. Beide Anträge wurden gewilligt. Der Auszahlungsantrag wurde bereits beim FPJ eingereicht. Alle Details liegen der Stadt vor. Frage Nummer 4 Wie viel bislang unverkauftes Holz ist aktuell noch im Strukturs vorhanden? Zum Vorrat und Unbrauchstrategie bezüglich des Verkaufs in 2024 und oder später hatte ich bei der Ausschusssitzung bereits berichtet. Aktuell der Stand nach Baumartengruppen 23,8 EFM Gruppe Ja 1.4 23,2 EFM Fichte und 6,4 EFM Kiefer Da haben Sie hier noch eine Liste dabei geführt mit den Details, die ich lese natürlich schwer kann, ich jetzt nicht vorlesen hier im Rahmen. Falls dazu Fragen sind, die man uns nicht stellen möchte, kann Heiko Bapper aus der Rhein-Eckettverwaltung zu den Zahlen interpretieren und erläutern. Frage Nummer 5 Müssen trockene Fichten im Stadtwald eingeschlagen werden, sofern hierfür keine Verkehrsregierungspflicht besteht, ist eine Notwendigkeit gegeben. Eine Notwendigkeit besteht nicht, es sei denn, es handelt sich um Verkehrsregierungsmaßnahmen. Wir nutzen trockene Fichten, um damit einen positiven Götungsbeitrag für die Stadt zu erwirtschaften. Wenn gewünscht ist, überall dort und es nicht dringend erforderlich ist, darauf zu verzichten, setzen wir dies ab sofort aus. Dann werden wir im Rückweg. Ansonsten werden wir weiter im Interesse der Schafan genau potenziale Geholznutzung mit einem positiven Deckungsbeitrag auch bei trockenen Fichten nutzen. Wir sehen da einen weiteren Vorteil darin, dass Kalamitätsflächen geräumt sind und so eine Bearbeitung, zum Beispiel durch Pflanzung und nachfolgende Pflege, ermögliche wird. Die Problematik der Sicherheit bei Arbeiten und der trockenen Fichten hatten wir beim diesjährigen Weifelgang vor Ort erläutert. Das waren die Flussfragen mit den entsprechenden Abgrundnutzungen. Dankeschön. Gibt es da zu Wort, wenn wir was der Versammlung haben? Holger Heck. Okay. Also nachdem der Forstwörter noch mal zurückgeschoben wurde in die Ausschlüsse und die Ausschlüsse haben wir darüber beraten, was war das Ergebnis vom Ausschuss jetzt? Keine Empfehler. Keine Empfehler. Okay. Haben wir uns zur SPD-Fraktion auch noch mal hingesetzt und haben uns das Ganze noch mal angeguckt. Und der Herr Schulburg hatte ja mal eine Liste geschickt über Einsparpotenzial, was möglich ist im Wald, wo man auch Sachen einsparen kann. Sobald wie bei der Walderneuerung, Waldschutz gegen Wildschäden und so weiter. Und aufgrund unserer sehr schwierigen Haushaltslage, unser Haushalt, wie sich der vielleicht schon offensporn hat, wird sich sehr schwierig gestalten, sehen wir als SPD-Fraktion in dem Bereich auch noch Einsparpotenzial. Ich habe jetzt das Potenzial, was der Herr Schulburg hier aufgeschrieben hat, mal zusammengezählt. Das sind 58.700 Euro. Und wir sind der Meinung, dass überall gespart werden muss, also muss da auch gespart werden. Und wir sind dafür, dass hier 25 Prozent von dieser Summe Minimum bei den Sachen eingespart werden müssen. Das ist auch das, Horst Werner, was ich dann als Antrag formulieren werde. Gut, danke schön. Wie ist es denn? Da habe ich ein bisschen andere Meinung, und zwar das, was wir uns geschickt haben mit den Einsparmöglichkeiten. Das ist dermaßen unübersichtlich, weil es nicht beinhaltet, wie viele Zuschüsse für die einzelnen Maßnahmen zu erwarten sind. Also da würde ich doch den Antrag ein bisschen anders formulieren und würde sagen, dass man erst mal guckt, wo kriegen wir wenig Zuschüsse, dass man da mehr einspart, wie da, wo man keinen kriegt. Ich habe euch die Gesamtsumme genannt, die ihr hier aufgelistet habt, und die war 58.700. 58.700, genau. Und davon 25 Prozent. Und dann muss halt die kommunalweit GmbH als unser Dienstleister sehen, wo das am besten für die Stadt am besten umsetzbar ist. Das ist eine Antwort. Herr Holger, legst du doch mal den Antrag vor. Ja, ich hätte da noch, also, es sollte vor allem, weil wir nicht die Fahrt werden, aber auch gerade bei der Amtplatz, da hatten sie drei Hektar vorgesehen, die zu Blut zu bringen. Und wenn das muss ja nicht sein, und wenn man dann nur ein Hektar oder zwei Hektar in Kultur bringt, schickt das auch. Wir schaffen das sowieso nicht in den nächsten sechs Jahren, unsere Flächen voll zu bestocken. Und dann sollten wir das lieber Bescheid machen und ordentlich, und wir bringen unsere Kulturen erst mal in den Griff und zu wachsen an. Und dann kann man das nach und nach machen. Da sollte man sich auch nix ja noch mal drüber unterhalten. Was wir machen können, man könnte auch mal Vorabbau machen, mit Birke zum Beispiel, was man dann aber erst mal 20 Jahre wachsen lassen kann und kann dann später noch was drunter pflanzen. Aber da kann man sich ja drüber unterhalten. Und man soll es nicht über das Knie zerbrechen, und da kann man viel Geld kundig sparen. Und es muss ja auch alles gepflegt und kontrolliert werden, und da haben wir jetzt die kommunale Pflege. Ich finde, das nur noch ergänzend zum Hektar, was er gesagt hat, das finde ich auch gut und richtig. Deswegen wäre ein Vorklag einfach auch von meiner Seite, ich habe es auch mal aufgeschrieben, wir sprechen ja sehr oft über den Kommunalwald, die Kommunalwald GmbH, Stadtwald. Und ich meine, die Kommunalwald GmbH ist unser Dienstleister, auf den wir uns ja als Verwaltung auch irgendwo verlassen müssen, wenn wir uns da was vorliegen. Es gibt immer wieder unterschiedliche Vorstellungen und Gedanken zu der ganzen Thematik. Deswegen wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das wirklich aufgreifen, was der Heiko auch gerade gesagt hat, dass man sich da einfach nächstes Jahr nochmal Gedanken drüber macht, wie man da wirklich weiter zukünftig vorgehen möchte. Dass sich vielleicht eine kleine Arbeitsgruppe bildet, die sich den Thema einfach annimmt, auch als Gesprächspartner dann mal mit der Kommunalwald GmbH herzlich zusammensetzt und wirklich mal grundsätzlich festlegt, wo für uns die Reise hingehen soll. Dass man das einfach mal mit denen bespricht und klar regelt, dass wir nicht immer wieder das Thema hier auf dem Tisch haben und die verschiedenen Fragen diskutieren. Das nur ein Wort was von mir. Ja, vielen Dank für die Wortmeldung. Die müssten wir natürlich dann jetzt in Änderungsvorschläge und Beschlussvorschläge ummünzen. Das wäre sehr dienlich, wenn da eine gewisse Formulierung schon im Raum steht. Holger, du hast das angedeutet. Kannst du die vielleicht mal vorlesen? Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich versuche es mal aus dem Kopf, um das zu sagen, wenn ich es hinkriege. Also von dem Einsparprozentpotenzial in Höhe von 58.700, was die Kommunalwald GmbH vorschlägt, zum Beispiel Walderneuerung und so weiter, fordern wir, dass bei diesen 58.725% Minimum eingespart werden. Wo? Das Überlassung wird der Kommunalwald GmbH, aber mit Blick darauf, dass es rödschaftlich für die Stadt am besten ist. Und ich würde noch zuführen, dass die größten Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. Herr Bögerweiß, aber wir können jetzt keine Romane bei den Beschlussvorschlägen machen. Nein, aber das hat man auch vor, dass wir schauen. Aber das ist, dass man zufällig finden, dass alle Bürgermannsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Er kann aber noch. Herr Bögerweiß, hast du denn eine Idee, wie man das am sinnvollsten formuliert? Na ja, was der Volker gerade vorgelesen hat, das kann man ja an die Seite von eben. Christian, hast du das mitsteigen können? Sinngemäß? Sicher nicht. Also die Preise und Einsparpotenzial sind 58.000 Euro. Ja, dann fordern wir, dass das vorgeschlagene Einsparpotenzial in Höhe von 58.700, das darf von 25% zwingend eingespart werden. Mit Hinblick auf die beste rückgermannsmaßnahmen müssen ausgeschöpft werden. Jetzt sind wir dann mit diesem Beschlussvorschlag eingebunden. Heißt das dann der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Entwurf des Vortrags des Tages 2024 und vorgelegt, unter der Prämisse, dass von den 58.000 Euro angedeuteten Einsparpotenzial mindestens 25% Einsparung erreicht wird. Und damit, alle Fördermaßnahmen müssen ausgeschöpft werden. Ist das so auf dem Punkt? Könnten wir damit leben? Ja. Einsparpotenzial ist zur besseren Möglichkeit der Staatsanwalt. Dann würde ich darum ums Handzeichen bitten, wer für diesen Beschlussvorschlag ist. Richtig hoch. Alle dafür. Einschließlich. Dankeschön. Ja, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3 der heutigen Versammlung. Auszeit 2024. 2024. Ja. Dann bist du jetzt da. Da würde ich was zu sagen wollen, ja. Vielleicht gehst du da vorne, damit sie sich dahinten besser verstehen. Weil wenn der Heiko was sagt, man hört sich hinten kaum. Und ich glaube, andersrum ist genauso. Oder ist er zu verstehen dahinten? Ah ja. Also, auf den Notschlechen nur bleiben. Ich probiere es. Ja, gerne hätten wir heute Abend, glaube ich, das wissen alle, einen Haushaltsentwurf für 2024 eingebracht. Was leider aus verschiedenen Gründen, ich nenne es einfach mal so, leider nicht möglich gewesen ist. Da gibt es nochmal verschiedene Gründe. Die können wir leider nicht beeinflussen, konnten wir leider nicht beeinflussen. Deswegen bitte ich da um Verständnis, weil es einfach nicht vorherstellbar oder planbar ist. Anmittag ist es jetzt, den Haushalt in der ersten Sitzung im neuen Jahr, möglichst im Januar, einzubringen. Die Ausschüsse und das Parlament mussten ja bereits am vergangenen Montag in einer Sitzung über Gebührenanpassungen beschließen. Ohne die der Haushalt misswahrscheinlich nicht genehmigungsfähig oder genehmigungsfähig überhaupt geworden wäre, wenn man denn vorliegen. Ich denke, große Herausforderungen, eine selten so dagewesene Inflation, steigende Zinsbelastungen, karifliche Anpassung von Personalkosten, gesetzliche Vorgaben auf mehreren Ebenen, die Erhöhung der Abfalldeponiegebühren oder Umlagen des Landkreises, bringen uns in meinen Augen an den Rand des Leistbaren. Und wenn nicht, sogar schon teilweise darüber hinaus. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden, auch von euch hier am Montag, die natürlich Bürgerinnen und Bürger mehr belasten, was hier natürlich auch zu Unverständnis und Verbrust führt. Ich denke, das können wir alle irgendwo nachvollziehen und trotzdem bleiben uns bei diesen Entscheidungen die Hände gebunden. Die Verwaltung tut das Beste, was in ihrer Macht steht, um dem Magistrat und dann auch der Stadtverordnetenversammlung Vorschläge zu unterbreiten, wie man etwas an der Situation verbessern kann. Doch viele Dinge bekommen wir einfach von oben auf vorgesteuert und vorgegeben und können daran gar nichts ändern. Wie sieht die Prognose aus? Wir können immer wieder nach oben appellieren, sich die Situation hier vor Ort in den kleinen Kommunen genauer anzuschauen und uns irgendwo zu helfen. Vielleicht hilft dabei auch der neue Projektionsvertrag in Wiesbaden, der morgen von den Fraktionen beschlossen werden und am Montag unterschrieben werden soll. Ich durfte einen Blick reinwerfen, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Es würde mich freuen, wenn das zu einer Hilfe und einer Entlastung für uns Kommunen führen würde, aber verlassen können wir uns darauf sicherlich nicht. Wir müssen uns irgendwo selbst helfen und uns darüber bewusst werden, dass wir keine Luftschlösser bauen dürfen, sondern nur mit ganz kleinen Schritten nach und nach alles abarbeiten müssen, was wir auch leisten können. Sowohl mit unserer Manpower als auch mit unseren Finanzen. Und im Zweifel, da bin ich ganz ehrlich, muss dann auch hier und da mal der kommunale Ungehorsam begrüßt werden. Eine Situation, die sicherlich für alle, die ganz einfach ist, nicht für die Bürgerinnen und Bürger, nicht für die Verwaltung, die Ortsbeiräte in den Orten vor Ort, auch nicht für den Magistrat oder das Parlament selber. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle gerne mal bei allen ganz herzlich bedanken. Wie gesagt, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Ortsbeiräten, die natürlich auch den direkten Kontakt zu den Bürgern in ihren Ortsteilen haben. Aber auch ein herzlicher Dank an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Baubrufes, die trotz der mit unserer schwierigen Umstände eine sehr gute Arbeit leisten, in meinen Augen. Herzlichen Dank auch an die Mitglieder des Magistrats und der Stadtverwaltungversammlung für den immer offenen Austausch und die Möglichkeit, die Entscheidungen zu treffen, immer in dem Bewusstsein zum Bruder der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Das ist manchmal nicht einfach, gerade wenn man als ehrenamtlicher Vertreter oder Vertreterin hier sitzt und diese Entscheidungen treffen muss, die man vielleicht hier und da gar nicht treffen will, aber treffen muss. Und deswegen allen an dieser Stelle meinen herzlichen Dank. Ich denke, es stehen noch so einige Herausforderungen in den nächsten Jahren zu uns an und deswegen einfach meine Bitte und meine Appell an alle, den Weg gemeinsam zu gehen, an einen Schwang zu ziehen. Denn nur gemeinsam können wir, glaube ich, diese Umwegsamkeiten in den nächsten Jahren aus dem Weg räumen. Vielen Dank. Ja, Manuel, vielen Dank für die Ausführungen. Vielleicht darf ich dazu noch ergänzen. Im Rahmen vom Kreistag wird ein Ausgleichsstock 2.0 aufgestellt und die Stadt Frankenau ist nicht die mit den schlechtesten Finanzen. Wir haben es nur leider auf dem fünften Platz geschafft. Schlechter ist noch, wie wir sehen, für Lichtenfels und Waldeck. Da kommen wir erst. Nur mal zum Einschätzen, wie es uns wirklich geht. Das hat der Mann schon gut beschrieben. Lebensfähigkeit sieht etwas anders aus. Ja, danke schön, Manuel. Volker Eck, wolltest du dazu was sagen? Ja, würde gerne auch was dazu sagen. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass es sehr schwierig wird mit dem Haushalt und dass unsere Pflichtaufgaben, das hat der Bürgermeister gerade ausführlich gesagt, dass unsere Pflichtaufgaben immer höher werden. Aber nur mit dem Haushalt können wir auch was anfangen, wenn er genehmigt ist. Ansonsten können wir nämlich nur unsere Pflichtaufgaben erledigen und sonst weiter nichts. Und deshalb müssen wir, wenn der Haushalt eingebracht ist, uns alle nochmal zusammensetzen. Alle Magistraten, Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, Stadtverordnetenversammlungen, die Ausschüsse. Und wir müssen uns den Haushalt angucken und müssen sehen, dass wir den Haushalt schnellstmöglich genehmigt kriegen. Ich gucke mal so durch die Reihen noch weitere Hortbeckungen dazu. Sieht nicht so aus. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4. Verleihung des Ehrenpreises Pantenauer Ring für das Jahr 2023. Dazu der Bürgermeister. Ja, ich glaube, da gucken wir jetzt, wenn man gut hier aufsteht. Ja, auch da macht man sich so seine Gedanken. Der Pantenauer Ring steht ja als Symbol für Dankbarkeit und Anerkennung und wird Menschen verdienen, die sich aus der Masse einfach hervortreten und einen Einsatz für die Allgemeinheit bringen, der so nicht selbstverständlich ist. Im letzten Jahr hat das Team der Arztpraxis Uwe Mann-Dickler den Pantenauer Ring erhalten für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie, der über das normale Maß der normalen Arbeiten ihrer Batschus hinausging. Auch in diesem Jahr soll der Ring an mehrere Personen gehen. Und ich glaube, gerade in einer Welt, die momentan, ja, zurück spielt und der eine Krise auf die andere folgt, wir haben unsere eigene hier auch, das kann man eigentlich, glaube ich, so sagen, haben wir gerade darüber gesprochen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, der schon fast wieder zur Normalität geworden ist für uns. In den Nachrichten kommt nicht mehr so viel wie am Anfang. Das wird alles mittlerweile so ein bisschen abgetan, obwohl da Menschen tagtäglich um ihr Leben kämpfen und unschuldige Menschen auch ihr Leben verlieren. Es gibt Terroranschläge, unzählige, ja, Menschen, die einfach das Leid in ihrem eigenen Land haben, in ihrem eigenen Land vor Augen haben und ihr Land verlassen müssen, um nicht selbst Opfer dieser Krisen, Kriege und Herr Rüsten zu werden. Die Anzahl der Geflüchteten steigt. Auch bei uns steigen die Zahlen von Personen, die wir hier in Fanggenau und in den Ortsteilen aufnehmen, aufnehmen müssen aber auch, denn es ist unsere Pflicht, den Menschen, die Hilfe benötigen, auch zu helfen. Und umso wichtiger ist es einfach, dass in diesen Situationen, wenn es darum geht, den Menschen zu helfen und die Hilfe entgegenzubringen, die sie in dem Moment brauchen, dass es da Menschen gibt, die sich ehrenamtlich einsetzen und sich engagieren, die Geflüchteten an die Hand nehmen, Behördengänge mit ihnen machen, ihnen zeigen, wo der Arzt ist, wo man einkaufen kann, wo man was findet, ihnen sogar heute Unterricht erteilen, weil es die anderen Behörden einfach nicht hinbekommen, die Deutschkurse so schnell wie möglich laufen zu lassen. Und nur durch solche Personen ist eine vernünftige Integration auch in unserer Stadt möglich und lässt auch bei uns kein weiteres Konfliktpotenzial her. Und daher freut es mich sehr, dass wir drei Personen ausgewählt haben, die über das normale Maß der Dinge hinaus sich engagiert und eingesetzt haben. Und es freut mich daher umso mehr und sehr, diesen Dreien heute Abend den Frankgenauer Ring überreicht zu dürfen. Ich glaube, das machen wir gemeinsam. Deswegen darf ich einmal nach vorne bitten, die Ballerie sitzt hier vorne, Rennertrahn und die Dritterin, den Jürgen Bachmann. Die drei hat das absolut verdient. Ich meine, gerade wenn man in Nullisendorf ist, da ist jetzt nicht viel, was man auch so finden kann. Und da ist es auch nicht mehr umso wichtiger, die Leute an den Hand zu nehmen. Und auch bei dir, du bist die Ansprechpartnerin hier mehr oder weniger vor Ort. Für alle, die auch im Frankgenauer Rutsch zum Beispiel untergekommen sind, gibt es hier einen deutschen Unterricht. Deswegen, ihr habt das auch so verdient. Und vielen Dank dafür. Vielen Dank. 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 . Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 Unsere städtischen Organe sind die Stadtverordnungsversammlungen sowie Magistrat mit Bürgermeister und Verwaltung. Im Parlament entscheiden wir uns für einen Weg, der durch Magistrat mit Bürgermeister und Verwaltung umgesetzt werden soll. Ergeben sich bei der Umsetzung Probleme oder Herausforderungen, wird dem Parlament darüber beraten. So ist der normale Weg. Leider ist das gegenwärtige Ansehen unserer städtischen Organe in diesem Jahr nicht auf das Beste gestellt. Schlechte Kommunikation, mangelhafter Informationsfluss, zu lange Reaktionszeit oder gar keine Reaktion sind zur Zeit die Wortgaben aus der Bevölkerung, die im Zusammenhang mit der Stadt Frank-Genau genannt wird. Hier müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, diese Situation wieder in das Gegenteil zu verändern. Wir sind von den Bürgern gewählt und haben die Verpflichtung, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, sowohl für die Stadt Frank-Genau und ihre Einwohner, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schaffen wir es nicht, werdet ihr bei der nächsten Kommunalwahl keine begeisterten Menschen finden, die sich im Ehrenamt für unsere Stadt einsetzen wollen. Es war mir heute Abend wichtig, das auf den Punkt zu bringen. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir auf diese misslichen Situationen, die wir in diesem Jahr getrunken sind, wieder rauskommen. Zum Abschluss meiner Anmerkung zum Jahresende möchte ich mich bei zwei Mitarbeitern der Verwaltung besonders bedanken. Hierzu überreiche ich gerne eine Flasche Bremer Kalmont. Es ist schön, wenn es in Deutschland Städte gibt, die Bremer heißen und Weinberge haben, dann entsteht ein Bremer Kalmont. Und das ist ganz passend zum Namen. Ja, diesem Flasche will ich einmal gerne an die Karin Baumann. Die Karin Baumann unterstützt mich immer freundlich und zeitnah bei der Vorbereitung der Tagesordnung für unsere Parlamentssitzungen. Und auch bei anderen Veranstaltungen ist sie eine sehr gute Organizatorin. Also, Karin, nochmal danke und Applaus nochmal dafür. Ja, nebenso möchte ich mich bei Christian Kasper, der nicht nur als Parlamentssitzungsführer bei der Parlamentssitzung fungiert, sondern auch Fragen, die über das normale Wissen hinausgehen über seine Kontakte und Erfahrungen der Verwaltungsszene beantworten kann. Danke dir dafür, Christian. Nun, genug erwarte, euch allen wünsche ich eine gute Vorweihnachtszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest mit wenig Familienstress und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bis wir uns dann wiedersehen, bleibt alle schön gesund und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit und schließe damit die Sitzung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.